Gustav Karl-Johann Christian von Struwe bzw. Nach der Ebelgebung seines Adelstitels im Jahre 1847 Gustav Struwe war ein deutscher Politiker, Rechtsanwalt, Publizist und radikal-demokratischer Revolutionär während der Märzrevolution von 1848-1849 im Großherzogtum Baden-Leben. Struwe entstammte der Familie Struwe aus dem Magdeburgischen und war ein Sohn des in russischen Diensten stehenden Diplomaten Johann Gustav von Struwe. 1806 bis 1817 lebte er in Stuttgart, wo er auch das Gymnasium besuchte. Von 1817 bis 1822 war er dann Schüler des Lyzeums in Karlsruhe. Anschließend absolvierte er ein juristisches Studium in Göttingen und Heidelberg. Während seines Studiums schloss er sich 1822 der alten Göttinger Burschenschaft, nach deren Auflösung 1824 dem Korps Bado-Württembergier Göttingen und 1825 der alten Heidelberger Burschenschaft an. 1827 trat er in den Oldenburgischen Staatsdienst und wurde als Attaché der Oldenburgischen Bundestagsgesandtschaft in Frankfurt zugeordnet. Nach dem Tod seines Vaters im März 1828 wurde er nach Oldenburg zurückberufen und er erhielt in Jewe eine Stelle als Landgerichtsassessor. Da er mit seinen Ansichten in Diplomatenkreisen Anstoß erregte, war Struwe zunächst froh, im Justizwesen eine neue Karriere beginnen zu können. Wurde aber auch hier nicht glücklich. Er ersuchte um die Entlassung aus dem Staatsdienst und versuchte, in Göttingen und Jena eine akademische Tätigkeit aufzunehmen. 1833 ließ er sich im badischen Mannheim als Rechtsanwalt nieder, wo seine Examen aber nur teilweise anerkannt wurden und er erst 1836 Obergerichtsadvokat werden konnte. Nachdem Struwe 1831 bis 1843 mehrere juristische Werke publiziert hatte, befasste er sich 1843 bis 1845 verstärkt mit der Phrenologie. Er schrieb ein Handbuch und zwei weitere Bücher zu diesem Thema und war Herausgeber und Redakteur der Zeitschrift für Phrenologie. In Baden stieg er aufgrund der konservativen Politik des Ministeriums Blittersdorf auch in die Politik ein. Er unterstützte die liberalen Abgeordneten in der Badischen Kammer durch journalistisches Engagement. Dabei wandte er sich immer stärker radikal-demokratischen und frühsozialistischen Positionen zu. Mitte 1845 bis Ende 1846 war er Redakteur des Mannheimer Journals. In dieser Zeit sah er sich stark den Eingriffen staatlicher Zensur ausgesetzt. Am 16. November 1845 heiratete Elise Ferdinandine Amalie Düsat, die Tochter eines Sprachlehrers aus Mannheim. Die zu dieser Zeit nicht standesgemäße Heirat führte zum Zerwürfnis mit seiner Familie. Dies und seine lebensreformerische Haltung, die er mit seiner Frau teilte, veranlassten das Ehepaar 1846 von der Evangelischen Konfession in die damals bestehende deutsch-katholische Kirche zu konvertieren, die eine Vereinigung von Katholizismus, Protestantismus, Judentum und moderner Wissenschaft anstrebte. Des Weiteren legte Struwe 1847 seinen Adelstitel ab. Diese einschneidenden privaten Veränderungen in Gustav Struwes Leben belegen den starken auch inhaltlichen Einfluss, den seine für die Zeit ungewöhnlich selbstbewusste, der frühen Frauenbewegung verbundene Frau auf ihn hatte und Zeit seines Lebens auch behielt. In der Badischen Revolution es war die Zeit des Vormetz der Jahre zwischen dem Wiener Kongress 1815 und dem Beginn der Märzrevolution 1848, in der das reaktionäre metternichische System der Restauration herrschte, gegen das Struwe sich zunehmend wandte. So stellte er am 31. März 1848 einen Antrag an das Vorparlament, der wesentliche Grundzüge demokratischer Politik beinhaltete. Zusammen mit Friedrich Hecker war Struwe einer der führenden Köpfe der Badischen Revolution. Beide gehörten zum radikal-demokratischen und anti-monarchistischen Flügel der Revolutionäre, der in Baden in den vielerorts gegründeten politischen Volksvereinen stark vertreten war. Bereits im Januar 1847 hatte Struwe in einem Brief an den Redakteur der Republikanischen Zeitung Seeblätter in Konstanz, Josef Fickler, die Idee zu einem Treffen der entschiedenen Freunde der Verfassung entwickelt. Am 12. September 1847 trafen sich Verfassungsfreunde aus ganz Baden in der Gaststätte Salmen in Offenburg zu einer Volksversammlung. Höhepunkt der Zusammenkunft bildete eine Rede Heckers, in der er 13 Forderungen des Volkes vortrug. Im ersten Abschnitt seiner Ausführungen verlangte er die Wiederherstellung der von der Regierung so häufig verletzten badischen Verfassung und beschäftigte sich anschließend mit der Weiterentwicklung der Rechte des Volkes. Am 27. Februar 1848 adressierten Hecker und Struwe an die Deputierten zu Karlsruhe eine Kurzfassung der dringlichen Forderungen. Erste Volksbewaffnung mit freien Wahlen der Offiziere 2. Unbedingte Pressfreiheit dritte Schwurgerichte nach dem Vorbilde Englands. Vierte sofortige Herstellung eines deutschen Parlaments. Anfang März traten in Heidelberg Männer der Opposition zusammen, um über die revolutionäre Entwicklung in den deutschen Landen zu beraten. Dabei sagte Struwe, dass er kein Heil für Deutschland sehen könne, solange 34 Fürstenfamilien über dasselbe herrschten. Nur die föderative Republik nach dem Vorbilde der nordamerikanischen Freistaaten könne die Einheit und zu gleicher Zeit die Freiheit Deutschlands sicherstellen. Eine Volksversammlung zu Offenburg am 19. März 1848 verlangt in einer U. A. von Struwe und Hecker unterzeichneten Erklärung eine Revision der badischen Verfassung und ein deutsches Parlament. Beim Hecker-Zug enttäuscht von der Arbeit des Vorparlaments sah Hecker nur in einem gewaltsamen Umsturz die Möglichkeit, eine republikanische Regierungsform in Baden durchzusetzen. Am 12. April 1848 rief Hecker in Anwesenheit Struwes in Konstanz die Republik aus. Anschließend warb er Freischäller an, um mit ihnen in die Landeshauptstadt Karlsruhe zu marschieren. Dabei lehnte er eine direkte Hilfe der aus dem Elsass anrückenden deutschen demokratischen Legion des revolutionären Dichters Georg Herwig mehrmals. Ab, da Patrioten dies als eine ausländische Einmischung hätten ansehen können. Struwe zog von Donau-Eschingen über Stühlingen in den Klettgau, um Freischäller anzuwerben. Im Wald zwischen Kadelburg und Tingen traf er am 18. April auf eine Gruppe, die zu Hecker in Tingen wollte. Er befahl die Schar nach Kadelburg wohl um weitere Zuzügler, die er von Josef Weißhaar aus Hohentengeln erwartete, aufzunehmen. Oberst Weißhaar plädierte für Zwangsaushebungen und für Beschlagnahmungen von öffentlichen Geldern. Struwe ließ sich überzeugen und es kam zum Zollkassenraub in Kadelburg. Im Gefecht auf der Scheideck bei Kandern im Schwarzwald traf der Hecker Zug auf reguläre Truppen, die die schlecht bewaffneten Freischäller in die Flucht schlugen, darauf flohen Hecker und Struwe in die Schweiz. Beim Struwe-Putz-Struwe zog am 21. September 1848 aus Basel kommt mit 50 Mann in Lörrach ein. Auf dem Marktbrunnen ließ er die rote Fahne der Revolution hissen und versprach vom Balkon des Rathauses in einer Rede an das deutsche Volk. Wohlstand, Bildung, Freiheit für alle. Schließlich proklamierte Struwe unter den Hochrufen der Bevölkerung eine deutsche Republik. Der im Volksmund Struwe-Putz genannte Zug Struwes nach Karlsruhe mit etwa 4.000 Freischälern kam jedoch nur bis Staufen, wo 800 großherzogliche Soldaten ihn und seine bewaffneten Anhänger in dem Gefecht um Staufen entscheidend schlugen. Als er und seine Frau Amalie sich bei Wehr über den Rhein absetzen wollten, wurden sie gefangen genommen. Am 30. März 1849 verurteilte ein Schwurgericht in Freiburg Gustav Struwe und Karl Blind wegen versuchten Hochverrats zu einer Strafe von 8 Jahren. Zuchthaus, die in 5 Jahre und 4 Monate Einzelhaft umgewandelt wurde. Das Urteil ließ keine Berufung, wohl aber eine Nichtigkeitsbeschwerde zu, die vom Anwalt der Verurteilten, Lorenz Brentano, auch eingereicht wurde. Am 2. April wurden die Gefangenen nach Rastatt überstellt. Nach Ausbruch der Militärmeuterei in der Festung Rastatt kamen sie in der Nacht vom 11. auf den 12. Mai ins Bruchsaler Zuchthaus, wo sie in der darauf folgenden Nacht von den Revolutionären befreit wurden, bei Militäraufstand. Nachdem die badische Garnison der Bundesfestung Rastatt sich am 9. Mai 1849 feierlich mit Teilen der revolutionären Bürgerwehr unter Beschwörung der Treue und Liebe zum Volk verbrüdert hatte, floh Großherzog Leopold in der Nacht des 13. Mai zunächst über den Rhein in die Festung Gämersheim und anschließend ins Elsass nach Lauterburg. Damit machte er in den Augen vieler den Weg für eine Republik frei. Darauf bildete der gemäßigte liberale Politiker Lorenz Brentano am 1. Juni 1849 eine provisorische republikanische Regierung an der Struwe, der im Verlauf der Mai-Aufstände aus der Festung Rastatt befreit worden war, als bekennender Linksradikaler ausdrücklich nicht beteiligt war. So gründete er mit anderen Gleichgesinnten wie Johann Philipp Becker, Samuel Erdmann-Schirner und Max Tortull den Klub des entschiedenen Fortschritts als Opposition gegen die Regierung Brentano, die weiterhin auf eine wie in der Reichsverfassung vorgesehene beschränkte Monarchie setzte und die Tür zu Verhandlungen mit dem alten Regime nicht zu schlagen wollte. Struwe wurde erst in einer Nachwahl am 18. Juni im Wahlbezirk Engen in das Revolutionsparlament gewählt, das bereits seit dem 10. Juni tagte. Zur Abwehr der anrückenden Truppen des Deutschen Bundes unter Führung des Preußenprinzen Wilhelm, dem späteren Kaiser Wilhelm I., berief Brentano den polnischen Revolutionsgeneral Ludwig Miroslawski. Vergebens stemmte sich das durch Volkswehr verstärkte Revolution schier gegen die Übermacht der preußischen Truppen. Am 24. Juni musste die Revolutionsregierung Karlsruhe verlassen und nach Freiburg fliehen. Dort kam es zum endgültigen Bruch zwischen den Anhängern der Reichsverfassung und den radikalen Republikanern, so dass Brentano in der Nacht zum 29. Juni 1849 sich heimlich in die Schweiz absetzte. Struwe und andere Radikale blieben noch bis Anfang Juli in Freiburg. Bis auch sie vor den am 7. Juli einrückenden Preußen flohen und die Grenze zur Schweiz überschritten. Mit der Übergabe der Festung Rastatt an die preußischen Truppen am 23. Juli 1849 war die Badische Revolution endgültig gescheitert. Aufenthalt in den Vereinigten Staaten Nachdem Gustav Struwe wegen fortgesetzter Agitation aus der Schweiz ausgewiesen worden war, ging er zusammen mit seiner Frau, die ihn während der Revolution immer auch aktiv kämpfend und agitatorisch unterstützt hatte. Zunächst nach Frankreich und über England schließlich 1851 in die USA. Auch hier arbeitete er publizistisch für seine radikal-demokratischen Ziele, Doch kam er, weil er auf Deutsch veröffentlichte, bald in finanzielle Schwierigkeiten. Seine Wochenzeitung Deutscher Zuschauer von Gustav Struwe, die er am 9. Juli 1851 herausgab, musste er nach 39 Ausgaben wieder einstellen. Endlich fand er in dem deutschen Bierbrauerbiegel einen finanziellen Unterstützer. Dadurch nahm er, ständig von den kritischen Bemerkungen seiner Frau profitierend, seine in der Festung Schäftra statt begonnenen Arbeit einer aus einem sozialistischen Blickwinkel geschriebenen Weltgeschichte wieder auf. Den ersten Band veröffentlichte er im Jahre 1860. Zunächst hatte Struwe in den USA ein unpolitisches Leben geführt. Doch im Jahre 1860 unterstützte er den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Abraham Lincoln, indem er half, die deutschstämmige Bevölkerung des Bundesstaats New York, die bis dahin eher den Demokraten zuneigte, für die republikanische Partei zu gewinnen. Nach dem Wahlsieg Lincolns nahm Struwe auf Seiten der Union am Sezessionskrieg teil, in dem er sich im Alter von 55 Jahren dem 8. New Yorker Freiwilligen Infanterie-Regiment unter Ludwig Blenker, den er aus dem Gefecht bei Warkhäusel kannte, als gemeiner Soldat anschloss. In seinen Memoieren schreibt er, ich nahm Teil an allen Strapazen und Gefahren, welche unser Regiment in den Jahren 1861 und 1862 bestand. Namentlich war ich mit dabei, als die deutsche Brigade am Tage der Schlacht von Bull ranstehen blieb bis am Morgen des folgenden Tages, als um sie her alle Regimenter in wilder Flucht von Dannen eilten. Als sein Freund Blenker als Brigadier durch Felix zu seinem Salm abgelöst wurde, sah Struwe in ihm nur den verhassten preußischen Offizier. Unter dem er nicht dienen wollte, so nahm Struwe inzwischen Hauptmann der Unionsarmee Ende November 1862 seinen Abschied. Rückkehr in die alte Welt Am 18. Februar 1862 starb Frau Amalie in New York bei der Geburt ihrer zweiten Tochter. Als das Großherzogtum im gleichen Jahre eine Amnestie für die Teilnehmer an der 1848-49.R-Revolution erließ, kehrte Struwe im Mai 1863 in die alte Welt zurück, zumal er immer seine Aufgabe darin gesehen hatte, den Despotismus in Europa zu bekämpfen. Er ließ sich zunächst in Stuttgart und später in Coburg nieder, wo er seine schriftstellerische Tätigkeit wieder aufnahm. Die Vereinigten Staaten ernannten ihn, nach Fürsprache von Friedrich Kapp, zum Konsul für die Handelsbeziehungen mit dem Thüringer Wald. Wobei die Aufnahme seiner Tätigkeit daran scheiterte, Dass der Großherzog von Sachsen-Meiningen das Exequatur seine Zustimmung am 14. November 1863 verweigerte, in Coburg arbeitete er mit Theodor Streit zusammen und wurde mit diesem auch wieder zu Gefängnisstrafen aufgrund ihrer publizistischen Tätigkeit verurteilt. Struwe war schon 1832 durch die Lektüre von Jean-Jacques Rousse aus Roman Emile Vegetarier geworden und wurde in den 60er Jahren zu einem der Begründer der vegetarischen Bewegung in Deutschland. 1868 gründete er mit Gesinnungsgenossen aus Stuttgart und Umgebung einen vegetarischen Verein, der noch heute besteht. 1869 erschien sein Werk Pflanzenkuss, die Grundlage einer neuen Weltanschauung, das die vegetarische Bewegung nachhaltig beeinflusste. Mit 62 Jahren heiratete er seine zweite Frau Katharina Zentner. Struwe starb am 21. August 1870 in Wien. Er wurde auf dem Wiener Zentralfriedhof beerdigt. Werke Erster Versuch auf dem Felde des deutschen Bundesrechts Betreffend die verfassungsmäßige Erledigung der Streitigkeiten zwischen deutschen Bundesgliedern Kaiser Bremen 1830 Positiv-rechtliche Untersuchung der auf die Presse sich beziehenden bundesgesetzlichen Bestimmungen und Bezeichnung der Mittel, deren Freiheit zu erlangen J. J. Bohnel, Kassel 1834 Ditzschette Lisey Über das positive Rechtsgesetz in seiner Beziehung auf räumliche Verhältnisse Karlsruhe 1834 Über Todesstrafen Behandlung der Strafgefangenen U Zurechnungsfähigkeit mit besonderer Rücksicht auf der Entwurf eines Strafgesetzbuchs für das Großherzogtum Baden Karl Groß Heidelberg 1843 Ditzschette Lisey Die Phrenologie in und außerhalb Deutschland Karl Groß Heidelberg 1843 Ditzschette Lisey Atlas zur Erläuterung der Lehre von den Verrichtungen des Gehirns Mit deutschen, französischem und englischem Texte HSG Gustav von Struwe und Dr. Eduard Hirschfeld Karl Groß Heidelberg 1844 Ditzschette Lisey Gallery berühmter Männer des 19. Jahrhunderts Julius Groß Heidelberg 1845 Ditzschette Lisey Handbuch der Phrenologie F. A. Brockhaus, Leipzig 1845 Ditzschette Lisey Briefwechsel zwischen einem ehemaligen und einem jetzigen Diplomaten J. Benzheimer, Mannheim 1845 Ditzschette Lisey Aktenstücke der Sensor des großherzoglich-badischen Regierungsreis von Uria Saratschege Eine Rekursschrift in das Publikum Selbstverlag, Mannheim 1845 Politische Briefe J. Benzheimer, Mannheim 1846 Briefe über Kirche und Staat Nebst der Fortsetzung der gegen den Verfasser wegen seines Mannheim 1846 Ditzschette Lisey Das öffentliche Recht des Deutschen Bundes Zwei Bände J. Benzheimer, Mannheim 1846 Erster Teil Ditzschette Lisey Zweiter Teil Ditzschette Lisey Aktenstücke der Mannheimer Sensor und Polizei Zweiter Rekursschrift in das Publikum Selbstverlag, Mannheim 1846 Ditzschette Lisey Grundzüge der Staatswissenschaft Selbstverlag, Mannheim Erster Band 1847 Ditzschette Lisey Zweiter Band Selbstverlag 1847 Mannheim Ditzschette Lisey Dritter und Vierter Band Literarische Verlagsanstalt Frankfurt A. M. 1848 Ditzschette Lisey Gedichte Zweiter Ausgabe Götz, Mannheim 1847 Die Verfolgung der Juden durch Emilio Trauerspiel in fünf Aufzügen Zweiter Ausgabe Mannheim 1847 Die deutsche Diplomatie wieder das deutsche Volk Eine Sammlung wichtiger Aktenstücke Zum Verständnis der Vergangenheit und zur Warnung für die Zukunft Wilhelm Friedrich, Wiesbaden 1848 Die Grundrechte des deutschen Volkes J. U. Walzer, Birsfelden 1848 Ditzschette Lisey Geschichte der drei Volkserhebungen in Baden Jenny, Sohn, Bern 1849 Ditzschette Lisey Die neue Zeit Ein Volkskalender auf das Jahr I. H. R. S. G. von Gustav von Struwe M. Schlepferschen Buchhandlung Heeresau 1849 Ditzschette Lisey Die Union vor dem Richterstuhle des gesunden Menschenverstandes Gustav Struwe Gustav Struwe, New York 1855 Geschichte der Neuzeit Gustav Struwe, New York erstes Buch Vom Jahre 1517 bis 1648 New York 1856 Ditzschette Lisey Seites Buch Vom Jahre 1648 Vom Jahre 1648 bis 1789 New York 1857 Ditzschette Lisey Weltgeschichte Neun Bände und ein Nachtrag Gustav Struwe, New York 1853 1852 1864 Band 1 bis 3 Ditzschette Lisey Band 4 bis 5 Ditzschette Lisey Band 6 Ditzschette Lisey Band 7 Ditzschette Lisey Band 8 Ditzschette Lisey Band 9 Ditzschette Lisey Nachtrag Ditzschette Lisey Diesseits und jenseits des Oceans Zwanglose Hefte zur Vermittlung der Beziehungen zwischen Amerika und Deutschland F. Streits Verlags Buchhandlung Coburg 2. Heft 1864 Ditzschette Lisey 3. Heft 1864 Ditzschette Lisey 4. Heft 1864 Ditzschette Lisey Krieg 2 Hefte Löw Verlag Frankfurt am Main 1866 kurzgefasster Wegweiser für Auswanderer mit besonderer Rücksicht auf Nordamerika die britischen Kolonien, Mexiko, die südamerikanischen Republiken, Brasilien und Australien, Buchnastchen Buchhandlung, Bamberg 1867 Ditzschette Lisey Gustav Struwe und Gustav Rasch 12 Streiter der Revolution Wegener Berlin 1867 Pflanzenkuss Die Grundlage einer neuen Weltanschauung Selbstverlag in Kommischen Kalaue, Stuttgart 1869 Ditzschette Lisey Das Seelenleben oder die Naturgeschichte des Menschen Grieben Berlin 1869 Eines Fürsten Jugendliebe Drama in Fünf Aufzügen Wallis Hausser'sche Buchhandlung Wien 1870 Ditzschette Lisey Mandras Wanderungen Dritte Ausgabe Die Pfau Struwe Leipzig 1906 Ditzschette Lisey Gustav und Amalie Struwe Freiheit und Menschlichkeit Ausgewählte Programmschriften ZS Gäst und eingeführt von Peter Henk